Hallihallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider Anniversary. Der Obelisk von Kamun. Da hat Lara direkt umgedreht, sie will hier gar nicht sein, ich kann es verstehen, aber egal, wir machen trotzdem hier unser Bestes. Auge des Hohes. Hä? Ach, da werden wir noch Spaß kriegen, oder so. Naja, hui. Okay, das Gitter, wissen wir ja, geht auf, wenn wir alle vier Gegenstände haben. Na, haben wir hier irgendwo noch was Schönes? Ja, da liegt eine kleine Überraschung für uns. Ein hübsches kleines Geschenk, das nehme ich gerne. Oh nein, die guten alten Türen sind zurück. Oh nein, die guten alten Türen sind zurück. Ohohohohoho, knapp, knapp, knapp. Sehr knapp. Wir sind ein bisschen sehr schnell, die Türen. Ach, bin ich doof. Huh, 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 ja, da war mein Timing total für den Arsch. Okay, okay, okay. 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 Oh. Und da, woher mein Team ticktell? Oh. Ach mann, das ist scheiße. Es fängt schon wieder an. Dass ich auch jedes Mal alle drei Türen wieder machen muss, regt mich auch auf. Wow. Kann ich hier nicht irgendwie was haben? Ein Steinchen oder sowas? Kann mich bitte jemand erschießen? Das gibt's doch echt nicht. Immer diese scheiß... diese scheiß Stelle. Mach auf. Ich glaube, ich darf nicht groß drüber nachdenken wieder. Geht doch! Mein Timing war wirklich nur verkehrt. Okay. Kein Gegner? Okay. Okay. Ah. Okay. So, wurde der Fahrstuhl erfunden. Okay, da, 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 dann da rüber, was wieder in die Wand geht, nicht wie das Spiel ist, dann da und dann... Oh nein, nicht das! Hier werde ich mir garantiert nicht alles holen, Leute, aus einem ganz bestimmten Grund. Dann gibt es hier nichts irgendwie zum Schwingen oder so? Nee. Okay. Ich muss da irgendwie so rüberspringen, aber wie denn das? Ah, doch so, okay, es geht. Es geht. Es geht. Da. Wie war das überhaupt nochmal? Ja, es heißt Lara, ne, verstehe ich. Ich glaube, diesen Schalter müssen wir betätigen, damit wir uns hier was holen können. Ich weiß es gerade nicht. Wow. Ich speichere hier einfach mal, das kann nicht verkehrt sein. Das kann ja heiter werden. Die Schalter würde ich mal nicht verkehrt. Hier ist das nicht. Das ist das. Wie war das? Das ist das. Das ist das. Ich hole mich. Die Schalter. Ich hole mich. Was war das. Oh, das ist das. Ich habe diese eine Erwanderung. Ich hole mich. Ich habe schon wieder ganz schwitzige Hände hier. Das ist nicht schön. Äh, was war das denn bitteschön, Lara? Warte, 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 warte. Geh mal ein ganz klein bisschen höher. Was ist das denn jetzt hier? Lara, mach jetzt bitte einfach keine Faxen, okay? Ja, das sieht doch schon besser aus. Und nochmal. Und... Ja! Ich glaube, das ist dann vor allem die Stelle, die einen so richtig zum Verzweifeln bringt, wenn man sich jetzt gleich hier das Ding holen will. Okay. Da geht's da hin und da geht's... Ach ja, stimmt, die Stange geht ja dann raus auf Zeit. Und da hinten ist dann das... Äh, Ding. Aber das ist echt so knapp bemessen von der Zeit her. Dafür müsste ich jetzt vor allem wieder ganz runter, deswegen... Nope. Bei allerliebe Leute, fürs Let's Play habe ich mir bisher alles geholt, aber das... Ich weiß nicht. Ich bin echt froh, hier oben zu sein. Wow! Ey! Ey! Aber okay, wartet. Ich speichere jetzt auf einem anderen Slot und dann versuche ich's einmal. Mache ich extra jetzt auch hier, ja. Ich versuch's mal. Jetzt habe ich ja hier einen neuen Kontrollpunkt und dann ist das okay. Äh. Vielleicht komme ich ja auch gar nicht rüber. Ich weiß noch, dass ich diesen Sprung extrem schwierig fand. Naja, wie gesagt, mit Speichern geht's ja, ne. Dann kann ich's ja mal versuchen. Dafür müsste ich bereits jetzt wieder zurück. Okay. Mache ich mal. Wow! So viel dazu. Kann ich ja gar nicht mehr zurück jetzt? Habe ich's jetzt sowieso schon verkackt, oder? Bin ich mir unsicher. Wie komme ich denn jetzt hier wieder sonst zurück? Geht das so gar nicht, oder? Warte, wahrscheinlich muss ich da... Warte. Wahrscheinlich muss ich da irgendwie ran. Vielleicht geht das ja dann. Nein! Nein! Okay, Leute, ich glaube, ich habe es eh schon verkackt. Ich kann nicht mehr zurück. Man hat nur eine einmalige Chance, sich das Artefakt oder die Reliquie, was auch immer da jetzt ist, zu holen. Ich versuch's noch einmal. Ich meine, es muss doch an sich eine Möglichkeit geben, hier nochmal runterzukommen. Das kann doch nicht sein. Äh, was? Ähm, okay, ich lebe aber noch. Ich lebe. Gibt es hier eine Stelle, wo man besonders gut drüber springen kann? Ich glaube nicht. Ja gut, ich kann dann direkt versuchen, darüber zu springen und dann halt irgendwie ganz schnell hochzukommen. So schnell wie halt geht. Warum muss es auch auf Zeit gehen? Das ist so fies. Man kriegt hier nicht mal einen Kontrollpunkt, siehst du mal. Das ist so fies. Was ist das? Ach nee, falsch. Ach ja, ich muss ja hier runter. Ach nein. Jetzt kommt die schlimmste Stelle. Ich glaube, die war immer dieser... Okay, 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 okay. Das könnte klappen. Ach ja. Nein! Nein! Da seht ihr mal, ich war eigentlich so gut. Ich habe nur ganz kleine Fehler gemacht und deswegen es nicht geschafft. Okay, ich war jetzt so gut. Komm, das will ich nochmal versuchen. Ich will es nochmal versuchen. Ich will es nochmal versuchen. Komm schon. Das war jetzt so knapp. Das war so knapp. Ich weiß auf jeden Fall, der redet. Ich muss nach rechts. Nochmal zur Sicherheit. Okay. So, falsche Richtung. Das war jetzt so. Okay, nochmal tief durchatmen. Oh boy. Ja, 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 komm. Zeit ist nicht so lange, ist mir scheißegal. Komm schon, mach. Mach inne. Wow. Autsch. Fuck. Ich werde es wieder nicht schaffen, wetten. Ich darf eigentlich hier gar keine Fehler machen. Lauf, 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 lauf. Okay, dafür habe ich hier wieder was reingeholt. Okay. Oh nein. Ich mache jedes Mal die gleichen Fehler, das ist so nicht. Komm, 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 komm. Nein! Nein, 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 nein. Es ist immer so knapp, es ist so knapp. Komm schon. Das kann doch nicht dein Ernst sein, Spiel. Wirklich nur so ein, zwei Sekunden länger. Wirklich, ich bräuchte nur zwei Sekunden mehr Zeit. Ach, Mann. Das gibt es nicht, das gibt es nicht. Ich will das jetzt schaffen. Aua. Ich will das jetzt echt mal schaffen hier. Ich mache halt immer so ein paar kleine Fehler natürlich, die mir dann ein paar Sekunden, die mich ein paar Sekunden kosten. Das ist halt das Blöde daran. Ansonsten bin ich echt schon gut. Das ist doch gemein. Das ist einfach nur gemein. Hilfe. Das kann ich euch jetzt schon wieder vergessen, wetten. Ich wollte abkürzen und habe verkackt. Nein. Okay, komm, vergiss es. Ich lade. Das ist doch recht scheiße. Sonst versuche ich das gleich mal auf Play. Wetten ohne Aufnahme, klappt das dann? Wetten? Ich habe das irgendwie im Gefühl. Scheißegal. Ah. Ah. Ach, ich muss doch hier gar nicht auch ganz rum. Was bin ich drauf? Ah. Nein. Das bringt so wieder nichts. Ich muss das perfekt machen. Ich muss es einfach perfekt machen. Diese kleinen Fehler hier halt schon, ne? Das könnte schon eine Menge ausmachen. Wenigstens bin ich ansonsten schon oben. Echt, ey. Ihr seid solche Schweine, Entwickler. Solche Schweine. Obwohl es eigentlich cool ist. Ich meine, es macht schon gerade irgendwie auch Spaß, ne? Sonst würde ich es auch gar nicht so oft versuchen. ha, ha, hat, hat, hat. Ha, ha. Hat, hat. Nein. Was bin ich doof? Es lief es gerade so gut. Es lief gerade so gut. Dann mache ich so was. Warum mache ich das? Warum habe ich das getan? Warum? Warum mache ich so was? Ich weiß es nicht. Das war jetzt einfach nur dumm. Das war einfach nur dumm. Der Anfang war so gut und dann bin ich verpeilt auf einmal. Wie oft musst du diesen Weg denn bitte schön gehen, um ihn zu kennen? Das ist ja echt peinlich. Okay, das war noch peinlicher. Ich darf nicht ungeduldig werden. Komm schon. Wir kriegen das jetzt hin. Ich will das jetzt schaffen. Ungelogen. So. Ganz ruhig. You can do it. You can do it, Lovercroft. Das ist ja jetzt mein Spieler-Ehrgeiz dann doch, ne? Jetzt bedachte ich so, ja komm, ich hole mir das nicht, weil ich weiß, wie stressig das ist. Aber jetzt macht es doch auch Spaß und... Ich kann das doch schaffen. Ich habe das auch mal geschafft. Ich weiß, dass ich mir das schon einmal auf jeden Fall im Leben geholt habe. Und das stimmt auch wirklich. Das ist jetzt nicht wie bei... Das ist jetzt nicht wie bei... Sarah, was soll das? Ich bin nicht so. Ich bin nicht so. Ich bin nicht so. Ich bin nicht so. Come, 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 come. Komm, ich war jetzt so gut. Das muss jetzt einfach mal klappen hier. Ich hab's geschafft! Ich hab's echt geschafft! Wo ist das Secret? Da ist das Secret. Ich glaube es nicht. Ich habe es echt geschafft. Ein Erfolgserlebnis. Boah, bin ich froh. Was, du schon wieder? Ach nee, ich hatte geladen. Stimmt ja. Sehr gut. Den Erfolg werde ich gleich erstmal auf Flay speichern. Boah, bin ich froh. Und das war nur eins von vier. Oh boy, bin ich fertig. Ich brauche jetzt erstmal eine kleine Pause. Haha, bin ich froh, das doch noch geschafft zu haben. Coole Sache. Sehr coole Sache. Okay. Okay, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Part. Ich hatte ihn auf jeden Fall. Boah, heftig, heftig, heftig. Und okay, ja, wir sehen uns beim nächsten Part wieder, würde ich dann sagen. Bis dahin, macht's gut und tschaui.